Noch immer etwas benommen von den Elektroschocks, die sie mir verpasst hatten, öffne ich die Augen. Ein weißer Raum, wie man ihn aus diversen Filmen kannte. An der Decke brannte eine grell leuchtende Neonröhre. Etwas Außergewöhnliches. Ein großer Flachbildfernseher mit einer rot leuchtenden 22 stand an der Wand vor mir. Mit Lederriemen, die mir in mein Fleisch schnitten, war ich an einen braunen Sessel geschnallt. In den Ecken des Raums waren Lautsprecher und eine blinkende Kamera angebracht. Die 22 wurde zu einer 23. Lief ein Countdown nicht normalerweise rückwärts, wenn es denn einer war? Hallo? Kann mich jemand hören? Was soll das hier? 24 Hey, verdammt nochmal, was soll das hier? 25 Mich beschlich eine Ahnung. 29 Ich fing an zu schwitzen. Etwa fünf Minuten später perlte mir der Schweiß von meinem Gesicht herab. Mein T-Shirt klebte auf meiner Haut. 36 Jede Faser meines Körpers war nass geschwitzt. 40 Der Schweiß lief mir in meine Augen und ein salziger Geschmack breitete sich in meinem Mund aus. Ihr perversen Bastarde! Ihr wollt mich bei lebendigem Leib verbrennen lassen! 43 Die Hitze wurde unerträglich. 50 Ich schien nur noch aus Wasser zu bestehen. Das Salz brannte in meinem ausgetrockneten Mund. Alles flimmerte und die Zahlen verschwammen vor meinen Augen. Da war etwas zu hören. Eine monotone Stimme drang aus den Lautsprechern. Du weißt, warum du hier bist. Zu viel Neugierde wird bestraft. Eine flackernde 60 Meine Haut fühlt sich an wie ein schwarzes Autoblech im Sommer. 70 Meine Schreie werden leiser. Meine Atmung gerät ins Stocken und fällt ab und zu ganz aus. 75 Ich weiß, dass ich hier drin sterben werde. Ihr Schweine! Ich hab Frauen und Kinder! Der Lautsprecher schweigt. 80 Ich fang an zu dehydrieren und bekomme kaum noch Luft. Meine Atmung setzt sekundenlang aus. Mein Herz schlägt nicht mehr intakt. 84 Meine Emotionen, Gefühle, Gedanken, all das wird unwichtig. Alles, was wichtig ist, ist dieser Punkt an der Wand. Er ist wunderschön. Zu schön, um von dieser Welt zu sein. 90 Ein letztes Mal bäumt sich mein Körper in einem sinnlosen Versuch, sich zu befreien, auf. Er zerrt an den Lederriemen, die sich mittlerweile tief in mein Fleisch eingebrannt haben. Dann wird er ruhiger. Die letzten Zuckungen erschlaffen und seine Atmung wird langsamer. Der Mann hinter der Wand blickt auf den Bildschirm. Die Kamera flimmert leicht. Sie sollte mal ersetzt werden. Er blickt auf seine Armbanduhr. Mann, wie lange dauert das denn noch? Die meisten geben früher auf. Der Mann im Sessel zuckt noch ein paar Mal. Danach bleibt er regungslos sitzen. Er wartet noch 10 Minuten, bis er ganz sicher ist. Dann überprüft er das Thermometer. Es zeigt 22 Grad an. Dann überprüft er das nächste Mal.